moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge let's play pc building simulator 2019 kuckuckuck da siehst du so wie soll es fertig alles sehr halloween mäßig nice wir beenden diesen tag zur arbeit zustellung pc mit intel und msc gewusst 69 das sind glaube ich alte dinger die ich bestellt habe nix kuckuckuck zession echt geil mit dem airwash oder painting drauf da nicht schlecht nicht schlecht herrsch nicht schlecht herrsch keine ram ja so also led 8 gb so da haben wir schon mal den fehler gefunden das ist alles angeschlossen wie ich das gerade sehe warum auch immer pusten wir den erst mal frei und dann schließen wir den rest erst mal an hat auch einen besseren airflow oder wie man die scheiße nennt keine ahnung warum das nicht installiert war 3970 k k Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh. Ich werde doch CPU übertragen. CPU, CPU, CPU. CPU, 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 CPU. CPU, 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 CPU. CPU, CPU, CPU. CPU, CPU, CPU. CPU, CPU. CPU, CPU. naja so geil ist es jetzt aber auch nicht was der da macht oder auch nicht okay pusten ja 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 Kein RAM. 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 Kein RAM.